Ich nutze die Gelegenheit, während ich das hier mache, wenn ich jetzt kein Video daraus mache, nutze ich die Gelegenheit, um dabei zu lernen. Im Moment lerne ich Arabisch. Das will ich jetzt wirklich mal etwas länger lernen. Die anderen Sprachen habe ich immer noch ein bisschen kurz gelernt. Und ja, also mir macht es halt einfach auch Spaß, wenigstens ein bisschen mit jemandem reden zu können. Wenn jemand zum Beispiel kein Deutsch kann, dass ich ihm den Weg erklären kann oder ihm die Uhrzeit sagen kann, so kleine Sachen, die begegnen einem im Alltag ja doch öfter, als dass man sich mal richtig lange unterhält. Und deswegen habe ich jetzt mehrere Sprachen nur bis zu dem Niveau gelernt. Aber Arabisch, weil wir ja auch Familien arabischsprachigen Ländern haben, möchte ich jetzt doch etwas mehr lernen. So.